Hallo da sind wir wieder und ja furchtbar traurig immer noch orientierungslos im Dschungel. Lost im Nirgendwo. Wir brauchen ein bisschen Holz. Hast du Holz? Ich bin dabei. Wir brauchen Holz. Wir müssen ein bisschen mal was braten, weil müde. Wir haben schon wieder irgendwelche Ausfallerscheinungen. Warum haben wir nicht hier einfach was drüber gebaut? Über das Feuerstelle fällt mir gerade mal auf. Warten Sie mal. Ich warte. Da ist ja eine Feuerstelle. Ja. Wenn ich jetzt da einfach hier so ein Holzgestell drüber bau. Ich bring mal die Holzblöcke mit die dicken Dinger hier. Dicke Dinger. Ja, das geht natürlich auch hier so. Ich eile in riesen Schritten. Hast du? Ja und zwei Stück liegen da ja noch. Ach ich kann auch nicht mich schneller bewegen. Kann denn das wahr sein. Da müssen wir mal da Zeug hier ab. Ach da liegen noch zwei. Ja. Dann haben wir ja schon einen riesen Schritten. Oh. Die Schwinglichkeit, die wir hier wieder an den Laden haben. Du liegst zu Rest? Dann schmeiß hin und hau dich hin. Nein, ich brauch noch nicht. Ich hab noch ein bisschen. Warum hat der denn gerade gesagt, einen to rest? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Das ist ein komischer Kauz. Und lange Stöcke brauchen wir jetzt. Ja, ich glaub ich hab einen Baum gesehen hier. Wenn man hacken kann hier. Hier ist noch ein langer Stock. Einmal. Mein Gott, der hebt den Stock auf und schon ist er in seinem Rentner-Modus. Und hier ist noch einer. Zack. Ich hab zwei Stück. Ich auch. Ja, dann reicht es ja. Jawohl. Ja, ich mach jetzt einen Aufruf. Der kleine Hobbit möchte bitte aus Green Hell abgeholt werden. Mach mich wahnsinnig mit der Karte. Ja, mach mich mal. Ich tue jetzt muss jetzt hier das Zeug ablegen. Ich hab zu viel Zeug bei. So. Und höp. Höp. Zeitschen. Noch eins. Noch eins. Ja. Und jetzt ist ein Dach drauf. Woher mach ich kein Feuer, hat das Feuer an. Was tun wir da am besten? Palmwedel, ne? Ja. Ähm, Palmwedel-Dach. Was hab ich denn alles bei mir? Ach so, wegen dem Vogel und so. Und dem Fisch, den ich eingesteckt habe. Das kann raus. Any to rest, any to rest. Das kann raus. Palmen da. Ja, zack. Pollen. Klapp. Oh, any to rest. Oh, ich brauch unbedingt Schlaf. Herstellen. Fuck. So, jetzt aber. Palmen. Wenn ich jetzt hier irgendwas esse, das bringt nichts, ne? Es fängt ja auch an. Ja, ich bin die Turaste. Du auch? Aber ich guck mal, dass ich das Dach noch eben schnell fertig krieg, hoffentlich. Bei Jamelunski. Ich fände mal ein bisschen. Ja. Ich fände es uns tot um, weil ich hab ja nur noch ein paar Zentimeter. Ja, hab schon rot gehabt, den roten Streifen. Auch noch ein paar Palmen. Ah, so ein kurzer. So ein Power-Nicker. 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 Nee, nicht Power. Ich hab auch Power-Nicker. Hast du Palmenblätter? Ja, ein paar hab ich noch. So, was fehlen noch? Fünf Stück. Doch. Der jammert schon die ganze Zeit. Ah, oh, oh. So ein Stück müsste jetzt fertig sein. Blatt ist fertig. Oh. Weg der Shit. Reicht. Und jetzt Stöcker. Stöcker haben wir auch nicht. Doch, liegen da. Ohne Ende. So. Nee. Reicht nicht. Da sind noch lange. Auch die langen. Eins, zwei, da, zack. Ah, hier ist noch ein Stock. Fuck hier. Blut. Ja, Blut kann ich keine. Ich komm. Kriegst du die noch hin? Blö. Oh, pass auf. Lauf, Robert, lauf. Lauf, Forrest. Ah. Bin ich mir gespannt. Ich auch. Feuer. Ja. Und die du noch ankriegst. Nutzen. Komm ich. Unbedingt was braten. Ja. Und hier was. Suppe kochen, ne? War das. Was lacht der denn da? So frech. Wunderbar. Ach, das war aber auch. Warum hat der denn jetzt nur zwei? Ich glaub der doch extra in den scheiß Steinkreis da rein. Also, Arsch. Ich hab mal den Papagei auseinander. Ah, ich hab doch Krokodilfleisch hier. Ach ja, stimmt. Oh, fette Krokodilfleischsuppe. Zack. Rinken. Wow. 45 Protein waren das. Hier, futter du die andere. Ah. Explodierst du da gleich, du. Zack. Hast du die eine gefuttert? Äh, einmal Wasser sauber. Da. Boah. Leck Krokodil. Noch ein. Und Rinn. Ist der guter stehen, der Krokodil, weil das rot hatte ich nämlich fast gar nichts mehr. Ich auch nicht. Er war kurz vor knapp. So, jetzt bin ich voll. Dürfte auch nicht mehr die ganze Zeit müde sein, olle Penner. Da kannst du die andere Fleischsuppe auch noch futtern. Wohl. Oh, jetzt piep ich noch ne Runde, damit der dann richtig voll ist. Und dann können wir weiter durch die Gegend irren, wie die Bekloppten. Weil, ist ja furchtbar. Ist er nicht furchtbar? Ne, ich find's entspannend. So, warum hast du dich denn auch hingelegt? Eierbär. So, so gut. Dann, wir werden 23 Uhr wach. Was ist daran gut? Der ganze Tag ist weg. Doch. Ja. Es ist 6 Uhr. Wir können jetzt. Es ist doch keine 6 Uhr. Bei mir wohl. 17.51 Uhr stand bei mir. Auch leer. Fisch. Was wird's mit dem Fisch noch? Auch noch fressen. Ich prob auf meinem Wecker. Ne, ich bin so weit. Frist und frist. Ich mach da noch die Füchte. Ist da schon Wasser drin oder was? Ach so, mein... 19 Wasser. Ach, da hab ich zwei Stecker nachgeworfen. Im Dunkeln ist gut, Munkeln. So, liegen hier irgendwo... Ah, hier Stock. Sonst noch hier... Stöckes. Gib mir ein Stöckes. Da. Ach. Ach. Ja. Das sind nur die kleinen Stöcker. Ach. Noch einer. Ein Seil. Und noch ein Stock. Ich bin voll. Okay. Decker Pilzuppe. Jetzt willst du losrennen im Dunkeln. Da ist die Stacke. Da würde ich lieber pennen. Okay. Ohne Freude. Ich bin... Ja, ja. Aber du siehst doch nichts. Willst du hier wirklich im Megadunkeln rumrennen? Dann legen wir uns noch mal kurz wieder hin. Dann können wir hier noch ein, zwei Stücke anschmeißen. Witz. Komm mal her. Habe ich noch... Ich hab ne Kohle sogar. Yeah. Ja, dann haja. Ja. Deswegen wollte ich extra abwechselnd schlafen, damit es eben nicht Nacht tritt. Ja, dann los. Ja, jetzt. Wenn wir uns beide legen. Legen wir uns beide. Ja, bei... Ich geh in die Hänge mal. Manchmal denke ich, du willst mich nur fahren. Nein, ehrlich gesagt nicht. Du kriegst doch... Das... Verstehst du doch auch selber oder nicht? Wenn wir beide pennen, dass dann die Zeit weg geht wie nix. Und das dann nicht klug ist, mitten am Tag beide zu pennen, damit der Tag weg ist. Ja, jetzt ist schon viel heller. Oh ja. 2 Uhr nachts. Ja, aber egal. Irgendwann war rot. Ich sauch die blöde. Suppe, such du die andere und fertig. Was fehlt denn noch? Kohlenhydrate fehlt. Hier das gelbe. Warte, das wär nur die Knochensuppe. War die gut dagegen? Äh... Jo... Bananen. 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 Ja, Bananen. Hier, warte, ich hab welche. Ich hab eine. Und noch eine? Eine Kokosnuss? Nee, häp. Alles klar. Gut, dann Latschmäh. Wohin denn? Wohin denn? Ja. Wohin denn? Das ist, ja. Wie kommt man hier im Kreis immer? So, da sind wir. Da oben, wenn wir zu unserem alten kommen wir nicht wieder runter. In dieses a2, das verstehe ich nicht. Voll. Ich will Wasserwerfer. Ich kann nämlich kein Wasser mehr. Ich hab grad richtig Wasser reingekippt. Ich brauch jetzt eine Stunde, um da voll zu werden, oder was? Ja. Upson. Ja, man findet kein Ende. Die Olle müsste doch schon 10.000 Mal gefunden haben. Ja, hab ich 25 Wasser. Nimm noch die Schildkröten. Sacke mit. Hep. So, fertig. Egal jetzt. Geh du vor. Ich folge dir. Wie kommen wir denn zu 1548? Wie kommen wir da nach? Ich frage mich doch nicht. Ich bin eben vorgelatscht, da sind wir wieder im Kreis gelatscht. Ich dachte, wir müssen um den Berg herum. War aber nichts. Keine Ahnung. Weißt du, bei mir wird's besser? Eben nicht. Wo sind wir denn? Immer noch an dem beschissenen Ankerplatz. Ich hasse den Ankerplatz. Komm mir die wieder weg. Wir sind hier gestrandet. Wir kommen in der Truman Show. Ja, ich kapiere das nicht. An dem Wasserfall kommen wir nicht hoch. Also, wenn wir jetzt da rüber latschen, dann kommen wir zu dem Wasserfall. Und jetzt genau dahin, wo ich ihn jetzt hingucke. Ja, genau. Dann kommen wir zu dem komischen Wasserfall, da kommen wir nicht weg. Also müssen wir dem Fluss quasi folgen. Weil so dumm herum, äh, haben wir dir auch nicht geschafft. Richtig? Richtig. Ja. Jut, gehen wir mal. Alles egal. Fluss folgen. Aber wir müssten ja sowieso an für sich rüber, ne? Ich bekomme ich immer noch eine engere Stadt. Wir sind wieder, wir gehen in einen Pilz. Ja. Willst du nicht? Da sind auch noch Steinen überall. Nimm ruhig alle mit. Hast du mal ein paar auf Tasche? Nimm die nicht mit. Weil, äh... Leuchten ist schön. Haben wir auch als Deko irgendwo des Nächsten aufbauen? So, deine Füße, da hast du guck. So, und das ist jetzt eine olle Seite, wo wir jetzt sind. Ja, wo ist der denn auf der Map ohne Seitenarm? Also, ich meine ja, das wäre 1850. Das ist dieses geschlängelte. Okay. Ja, dann gehen wir mal da lang. Oder ne, oder bin ich denn... Warum? Äh, nicht, wenn du dann so sagst. Doch, doch. Lass du, wenn er das mit mir macht. Und jetzt, wo lang? Geh du vor. Okay. Ich würde sagen, Richtung Nordosten. Also, eigentlich quasi die Richtung. Ja, dann gehen wir durch den... Ich lade jetzt hier mit durch. Guck mal's. Ein Wasserfall. Ja, ich geh aus dem Weg. So. Ne. Kein Wasserfall. Weil hier so ein kleiner See. Wie könnte das hier... Das könnte ich noch... Was heißt denn nix hier? Oh. ist das der see da unten weiß ich nicht ja hier so ein kleiner see hier war mit 1000 mal ja hier weiß ich so wenn wir jetzt hier lang der ist nicht in der map drin jetzt hier lang genau da lang da kommen wir nach hause diese zwei höhen zu diesem blöden autoreifen vielleicht kommen von daraus ja eben wie weiter aber wie komme ich da hin wenn wir jetzt hier weiter achten wir nach hauen ich habe schon welche flieger auch wachsen auch eine räume wenn du zum autoreifen willst und das wäre hier ist eine höhle hat die oberste höhle nehmen kann ich dann auch nur da so schräg so halb ja wenn ich hier aber wie sie mir ist jetzt ein plan selten weil es bin ich ein meister der orientiert deswegen ja darum es ist spuki das kenne ich nicht von dir ja eigentlich schon immer so jetzt müssen wir da lang hier pfeifen man soll die dämlich war hier die kacke ich kann mich nicht orientieren ist kein orientierungspunkt nix ja schon gleich 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 sind wir bei uns zu hause ja ist auch lange jetzt einmal um die ecke sind wir zu hause richtig bin das wird das nicht mehr weit sein was wir hoffen und ich habe doch kommt mir bekannt vor wieder auch ne leute ich bin mir lang mein nommer nomen keine ahnung so werden wir wieder zu hause wenn sie empfehlen lang und schwupps ich weiß es nicht immer so zwischen hoffen und bei das wird ganz anderes da hinten das war ja so auch hier war man schon ja hier war das wo man herr nicht weitergekommen na ja diese aussichtsplattform da ist ja wo wir hinwollen und für sich und mehr da unten weil da hinten diese komische stelle ist aber da sind wir ja leider nie angekommen wir einfach mal runter und auch mal hier lang überlebt aber hier geht es runter da bist du da hingekommen einfach runter gehören von einem hell felsen ich glaube ich nicht weiter geht hier ist auch irgendwo nix wie mit seil oder was da tut ein seil daran festmachen kannst ich bin in einem pack gelandet und toll damit soll ich machen ich sehe dich ja noch nicht mal er hat kaputt gemacht doch am arsch er hat kaputt gemacht das spiel was für uns treu und ja soll ich rausgehen aber ich dachte wenn du raus gehst jetzt mich hinaus teleportieren der oder kannst du das spiel neu laden oder ich möchte gleich runter ja hinter dir bin ich ja da kann man da geht das nicht weiter ich habe versucht weil ja bitte und so endet die geschichte elb und hobbit versterben im dschungel weil diese verdammte kacke so blöd ein schild zu machen oder am baumstamm der kerbe zu ritzen ja oder ein seil mit liarn bauen dann könnte man sehen worüber lang latscht nein geht alles nicht nicht implementiert dafür dass wir hier im back fest hängen so ja es hat mir sehr viel spaß gemacht besonders diese folge heute ja 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 das war's mit green scheißen dreck kommt mir von der platte kommt mir nie wieder drauf das wir ja auch mit diesem kack also mal eine folge suchen wo es weitergeht alles im grünen bereich aber gar kein wir hätten hier schon seit drei oder vier folgen im wald rum und immer im kreis da ist so ein witz ja und ich bin jetzt hier ich kann jetzt hier drei tage überleben weil ich hier bin um ihn nicht raus ich kann es noch nicht mehr zu Tode stürzen ich könnte es nicht so da haben wenn auch nicht nix kennst du das ist ich will wie gut immer da gefangen einmal einmal der Verirrungen ja so und ich noch ein letztes Mal der Sonne entgegen und damit sage ich auf Wiedersehen und Prozent wir schauen mal was wir dann als nächstes Zocke auf jeden Fall nicht mehr diesen dreckiger jetzt ist Schluss Schnauze voll von Dschungelkacke Ende Gelände habe die Ehre Tschüss Bis dann